gut ich bin ja mal gespannt wie viele leute wir unterwegs noch töten müssen aber schwein gehabt jetzt da hat er glück gehabt ist das gebiet unbedingt ein bisschen säubern damit hier nicht mehr so viele von den von den spacken rumrennen das war gerade vorhin beim holland valley war das recht entspannt das war echt entspannt darum zu kursen ohne dass alle drei sekunden muss das aussteigen weil irgendwer umlegen muss das wünsche ich mir hier auch so ich sage die sonne muss noch ein bisschen auf die schilder achten hier zeigen wir nämlich dann und wann man an ja gebiete sind auch wenn ich nicht unbedingt will da läuft doch schon wie sonn als maul alter wo rennt er hin ich bin hier alter warum warum spawnt hier jetzt einfach random sein wolf was soll das warum steht der nochmal auf warum spawnt da einfach random der wolf was ist los hier meine güte wölfchen bist du lieb auch er frisst sie gut schön okay ich glaube ich kann da einfach durchfahren durch das tor das ist einfach nur ein tor oder ja ich glaube schon okay alter oh äh 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 wo ist meine kacke hier sind wölfe die greifen mich bestimmt an hier buddelt ein loch ok ich will ja nicht sein denn dann oh man ey hä ein puma geht's ja nicht ok irgendwas ist hier nicht in ordnung die spawnt doch auch jetzt oder ja und wir zum bär und da ist ein bison die spawnt das auch ja alles klar es wird ein hirsch ok gut wenn es weiter nichts ist dann ja alles in ordnung das gefällt mir hier nicht das gefällt mir hier ganz und gar nicht ich will hier nicht sein oh die alte ist die ist doch krank die alte ähm ähm nachladen ciao was ist los mit dir willst du reden nein er will nicht reden ok ja ich weiß neues jahr gebiet bison ok was dabei feile voll und noch sechs dollar können wir reden ist das niemals was gut danke man so nett von dir so habe ich jetzt mal diese karriere so die einfach aus dem fenster leben auf mich schießen und dann weiterfragen so mal gucken wo das boot hinfährt überhaupt ja das wäre natürlich schlauerweise woanders hin ok ich weiß natürlich jetzt nicht wohin ich könnte jetzt die ganze zeit hinterher eiern ist die frage ob das wirklich viel sinn macht weil ich ja zwischendurch immer aufgehalten werde von irgendwelchen leuten die ich dann töten muss ist überall links und rechts nur am aufblinken dass ich entdeckt werde wir fahren da einfach hinterher machen wir jetzt die ganze folge fahren wir jetzt einfach nur mit diesem boot hinterher so 30 minuten lang über die straße hier um ok wenn man so viele tötungen sie geht den Elf nicht unbedingt töten. Oh, na, sehr gut. So, 1900 Meter noch. Ist ja fast nix. Ah ja, schießt du ruhig. Mal gucken, wo es hinfährt. Es fährt da rum. Vielleicht fährt es ja da vorbei. Vielleicht schaffe ich das. Vielleicht, vielleicht, vielleicht. Dann setzen wir erstmal den Wegpunkt nach hier hin, an die Brücke. Hier hin. Vielleicht fährt es ja genau da vorbei. Dieses Mal habe ich was gemacht. Dann können wir... Ja, jetzt mal. Ich denke mal, wenn ich durch den Tor durchfahre. Oh, Pogba in der Gebiete. Schön. Ähm... Block Hill. Ich denke mal, wenn ich durch so ein Tor durchfahre, da komme ich jetzt in so ein Sektenlager rein. Und nicht mehr wieder raus. Und bin tot. Verfolge mich doch jetzt. Na, sie hängt immer noch. Natürlich verfolgen die mich. Oh, ey. Aufgeballt! Dann ist ganz böse nervig, Alter. Ich renne rüber! Gib mir Deckung! Ich tue dich! Das ist der andere. Alter! Das ist jetzt so nervig, alle! Oh, oh! Oh, oh! Ui! Nein, ich nehm. Zivilisten gerettet. Da kommt noch einer. Ja. Ja, Mann. Zivilisten gerettet. Nochmal. Okay. Ich muss weiterfahren jetzt hier. Jetzt nimmt das Boot gleich wieder weg. Dann können wir eben gucken, wo es überhaupt hingefahren ist jetzt. Äh, da vorne. Ja, ich weiß jetzt. Oh Mann. Jetzt wüsste, wo es hinfährt, weißt du? Ich könnte ja mal... Was ist das hier? Ein Auto. Dann jetzt wüsste, ob es hier lang fährt oder hier runter fährt. Mhm. Komm, ich geh mal Risiko und fahr mal geradeaus. Du. Äh, hier? Nein. Links. Hier. Dann geh mal auf Risiko. Und hoffen, dass es hier vorbeifährt. Das Bötchen. So, hier gibt's Schlangen. Ja. Werde diesen Kultisten. Das kommt auf jeden Fall näher. So. Ach, leck mich doch am Arsch, ey. Alter. Oh, Kackvieh, ey. Wie ich euch hasse. Ach so, jetzt fährt's da hinten rum, oder was? War ich dein Ernst? Das heißt, wir fahren jetzt nach hier hin, richtig? Ja. Oh, es nervt. Es ist so nervig, ey. Alle drei Sekunden kommt da einer, will irgendwie was auf der Fresse haben. Ich hab jetzt keine Zeit für euch. Ich hab hier wichtige Sachen zu erledigen. So, warte mal. Ähm. Wir sollten da oben auf die Brücke. Auf die Brücke. Brücke sehen und sterben. So. Das zeige ich jetzt. Da vorne kommt's. Da hinten sind aber wieder so ein paar Nervensägen, oder? Da sind Freunde. Da kommt's angefahren. Leute von heute. So. Hä? Ach, da ist es. Hä? 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 So, das haben wir auch getroffen Sehr geil So, einen haben wir noch Wow Nice Geil, der Rocket Launcher So Okay, das haben wir erledigt Alles klar, mach ich Ähm Ähm, was willst du denn? Trottelein Kommt noch einer Jetzt sogar eine Knappe Fällt der eigentlich ein da? Mann, 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 Mann Der schießt da einfach auf mich Ich glaube, es hackt Kommt noch welche Wieder so ein Scheißer Wie ich diese Viecher hasse, ey Ehrlich Schießt du auf mich? Bist ein Freund, ne? Nee, bin ich auch nicht Ich kann dir trotzdem einen verpassen, wenn du willst Mann Erschreckt mich doch nicht so Scheiße, das war knapp Da hinten Das ist auch einer von uns, ne? Ja Okay So Hoppen River Erst noch was zum kaputt machen Brauchen wir nicht Wir fahren jetzt erstmal Ähm Ich weiß gerade gar nicht, wo wir überhaupt hinfahren Ich weiß nur, dass ich ein Neues Fahrzeug bräuchte unbedingt Weil hier fühle ich mich nicht so sicher drauf So, warte mal Wir hätten Die Mission Krieg den Drogen Zerstöre die Drogenboote von Edensgate Zerstöre die Drogentrucks von Edensgate Ja, aber wo finde ich die denn? Das ist jetzt die Frage Wo finde ich die Drogenboote? Sind die einfach irgendwo random, oder? Ich sehe jetzt hier nichts Da vorne war doch irgendwas zum Zerstören Oder war es ein LKW? Das da hinten ist ein normales Boot, oder? Da sind zwei Typen Da ist so ein LKW Warte mal ganz kurz Der ist doch bestimmt nicht Bestimmt nicht freundlich gesinnt, oder? Der Helikopter Der wäre mir doch bestimmt ans Leder Jetzt die Frage Wo kriege ich diese Drogenboote? Wo finde ich die? Ich brauche immer noch irgendwie eine neue Karre So, erstmal räuchern wir jetzt hier das Nest aus Nix hier, Verstärkung rufen Oh, da kommt sie schon Alter Alter So Okay Was macht er da hinten? Ich weiß es nicht Machst du da Was ist los mit dir? Stechapfel Stechapfel Was ist mit dir los? Können wir reden? Hier draußen geht es verdammt rund Können wir reden? 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 Rede mit mir Ich hau ab! Ciao Entschuldigung Er wollte nicht reden Er wollte nicht reden Ich kann da nix zu Ähm So Jetzt kommt natürlich wieder keiner hier, ne? Wenn ich mal schon an so'n MG stehe Ach, vielleicht du bist echt ne Nervensäge, ey Was ist mit ihm da? Okay Lebt er noch? Ne Oder sind noch mehr? Ähm Boah, ey Ach, das ist ein Hirsch Okay Alles klar Alter Diese Viecher So, also ich weiß Boah, hier riecht's voll gut nach Essen, ey Irgendwer kocht hier gerade im Haus Mh Lecker, lecker Ach, hier guck mal Straßensperre? Ne, warte mal Sektenverfolgung Straßensperre Wo sind denn diese Drogentrucks? Ich versteh's nicht Hm Ich glaub das ist so ne Mission, die kannst du nicht mal eben machen, oder? Gut Eidens Gate Sozialzentrum Eidens Gate Sozialzentrum Eidens Gate Sozialzentrum Lalalala Und wir haben erstmal hier diese Straßensperre Eidens Gate Eidens Gate Vier hab ich noch Okay Ähm Wo ist mein Moped? Wir gehen mal eben diese Straßensperre da kaputt machen Und wir gehen mal am Eidens Gate Sozialzentrum vorbeigucken Vielleicht treffe ich ja auf dem Weg Irgendwie so ein äh Irgendwie so ein äh Da war eben ein Schild Neues Sackgebiet Neues Sackgebiet Pocoan Okay Mal kurz gucken auf Kater Öh Jetzt ist sie weg Hä? Warte Was ist hier denn mit dem Schlüssel? Oh Gut, dass ich nachgeladen hab Ja, ich wusste, dass du noch nicht tot bist So Zack Der ist tot War sonst noch einer Der was aufs Maul will Na ich glaub das waren sie alle, ne? Wo bist du denn? Hä? Da war doch noch einer Ja Aber wo? Legt sich da wer mit mir an Was willst du denn? Ciao Sooo Okay, das haben wir Ach du bist doch ein Kumpel hier, oder nicht? Du bist doch ein Freund Alles klar Dann haben wir jetzt alle hier Du bist ein treuloses Arsch Weißt du das? Was? Warum schießt du auf mich? Lass mich verarschen Hä? Warum schießt der auf mich? Ich seid ihr bescheuert Und so viel Blitz geraucht Und so viel Blitz geraucht In Lappen Da hinten war noch einer irgendwo Da Kommt nicht raus Okay Da ist so ein scheiß Transporter Ähm Jut Hier ist ein Briefchen Hört das Wort Der Pfad nach Eden Steht jenen offen Die Faith folgen Und den rechten Glauben haben Habe ich das schon gelesen, oder nicht? Schließt euch ihrer Priesterin An diesen Schrein an Um Josephs Wort zu hören Gemeinsam werden wir in den Garten zurückkehren Das kenne ich doch schon Achso, das sind Ah, alles klar Dann zeigen die mir immer diese Dinge an Alles klar, okay, verstanden Der Pfad Faith Pfad ist endlich bereit für die Gläubigen Das habe ich auch schon gelesen Es ist Es ist eine letzte Hoffnung für müde Und sture Geister Ein heiliger Gang Um die Bedürfnisse des Fleisches abzustreifen Und sich dem Blitz hinzugeben Das jenen erwartet, der Faith folgt Da der Pfad nun bereit ist Bekommt jeder eine Chance auf Errettung Neues Bauwerk Schrein Ah, guck mal Geil Ähm So Plündern Können wir noch eine Nachricht holen Hey! Ich hoffe ihr versteht mich durch dieses ganze beschissene Barter Denn ich sag das alles nicht nochmal Ihr könnt nicht einfach meinem Mann von unserem Grundstück zerren Und gerade aus einem Bild Das ist illegal Mir egal, was er unterschrieben, versprochen oder geborgt hat Ihr bringt meinen Mann heute noch zurück Ihr bringt ihn unversehrt zurück Und zwar sofort! Meint ihr eure kleine Bande von Freaks macht mir Angst? Ja, ihr seid alle echt fies mit euren weißen Wollbullys und euren Pennerbärten Ihr bringt meinen Mann binnen einer Stunde zurück Oder ich übe Vergeltung So wahr mir Gott helfe Oookay Können wir noch ein bisschen Blissöl mitnehmen Abstauben Da hinten ist doch noch irgendwas So weit weg Oookay 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 Aua Der ist echt Oookay Meine Güte ey Rindern Risslihaut Geil Ähm Wo kommt denn diese Mucke eigentlich her? Kann die ausschalten? Ne ne Aber ich will das nicht Das Maul Alter, hier spawnen immer random irgendwelche Tiere Brav Oookay Also mehr gibt's hier nicht, ne? Also mehr gibt's hier nicht, ne? Scheinbar nicht Jut Hey, hier stand doch grad noch ein Heli Wo ist der hin? Hey Jeff? Wo ist der Heli hin? Lass weg Hm, toll Habe ich mich schon gefreut, weißt du, kannst du mal ein Ründchen nochmal fliegen? Aber nein Aber nein Und dafür steht hier ne Karre So Oh Ich hab trotzdem immer noch keinen lassen Schimmer, wo ich jetzt hinfahren soll Oh, oh, Entschuldigung Das war keine Absicht Ich kann jetzt richtig los Ja, kein Kind Die Karre lässt sich fahren Das ist ne wahre Pracht Es ist eine wahre Pracht, dieses Fahrzeug zu fahren Warte mal, wo fahre ich denn jetzt überhaupt hin? Ich bin ja total ziellos gerade irgendwie. Hier gehts wieder zurück. Da wollen wir nicht hin. Das wird mir halt auch nicht angezeigt, wo die... wo die Boote und so sind. Ja, die Schreine zeigen sie mal an. Aber die Boote und die LKWs nicht. Ich weiß jetzt auch gerade nicht, wie ich die finden soll. So... So auch nicht, ne? Ne, keine Ahnung. Ich glaube, ich sollte mal irgendwie andere Missionen annehmen und das zwischendurch mal so erledigen. Ja. Dann würde ich sagen, gehen wir mal zum Deputy und machen da mal ausnahmsweise... äh, zum Sheriff. Und machen da mal ausnahmsweise ne... ne Schnellreise hin. Jo. Jo. Jo.